Grüß dich und willkommen zur Tab-Herausforderung in Bluenzitter 6 am 6.8.2024 auf der Karte, Steinbruch, Schwierigkeitsschufelschwem, Luftablassenmodus und das sind die Regeln. Das Ganze spielt sich in Runde 28 ab. Hier kommen ja Bleibloons und die Bluenz sind auch noch getarnt. Oh nein! Okay, los geht's! Hier kommen ein paar getarnte Bleibloons, aber keiner von diesen Affen kann getarnte Bleibloons bekämpfen und deswegen benötigst du erstmal einen Superhelden und das ist der Klebstoffschütze. Wie kann es auch anders sein? So, platziere den irgendwo hin, mach Halsverbesserung 1, 4 und 0. Mach dich auch bereit, den gleich wieder zu verkaufen. Lass dein Spiel jetzt erstmal schnell laufen und kurz bevor die Fähigkeit hier aufgeladen ist, solltest du es wieder langsam laufen lassen. Dann setzt du die Fähigkeit ein, verkaufst den Klebstoffschützen, platzierst deinen Sniper hier hin und machst als Verbesserung 0, 2 und 3. So, nachdem die Bluenz beklebt worden sind, können sie auch von dem Sniper zum Platzen gebracht werden, obwohl er die Verbesserung auf der ersten Reihe gar nicht freigeschaltet hat. Okay, das ist der Sieg, ich bekomme hier 90 Hafendollar und einen Hubschrauberpilot mit 0, 2, 1. So, das war's, danke fürs Zuschauen, ciao, Ende und aus.